So schöne Szenen gab es zu sehen. Bei der Begegnung der ersten Mannschaft des FC Moosburg gegen den TSVA plätscherte das Spiel allerdings manchmal auch nur so ein bisschen hin. Allerdings auch an spannenden Szenen mangelte es nicht. Vor allem als dem TSVA nach einer umstrittenen Freistoßwiederholung der Anschlusstreffer gelang, wurde es nochmal richtig kribbelig. Allerdings das bessere Ende hatte der FC Moosburg und damit ganz ganz wichtige Punkte geholt. Das war's für heute. Vielen Dank.